Es nimmt kein Ende, noch immer ist nicht klar. Kommt eine RTX 3080 mit 20 GB oder nicht? Hallo und willkommen zu einem weiteren News-Video, das heute übrigens eher kurz ausfallen dürfte. Denn so wirklich viel passiert ist seit dem letzten News-Video leider nicht. Aber wie immer sind die News, die ich habe, dadurch nicht minder interessant. Und heute sind wieder alle drei großen Marken vertreten. In der einen Ecke Intel in blau, in der anderen AMD in rot und in der nächsten natürlich Nvidia in grün. Alle natürlich kampfbereit und mit gefletschten Kühlern. Angefangen bei Team Blau, denn Intel weitet sein Portfolio an CPUs unermüdlich aus. In einer Art finde ich das ja sogar gut, in der anderen Art blickt da bald überhaupt niemand mehr durch. Besonders ein Laie dürfte es da doch relativ schwer haben. AMD macht es daher aktuell ziemlich richtig. Zumindest das Ryzen 5000 Land-Up ist dann doch ziemlich schlank und übersichtlich gelungen. Nichtsdestotrotz versucht Intel AMD zumindest im unteren Preissegment Anteile abzunehmen. Was Intel im Bereich eines Core i7 oder Core i9 einfach nicht machen will oder kann, scheint wohl in Bereichen eines i3 oder i5 ein leichtes zu sein. Denn erst kam der super günstige und leistungsstarke Core i5-10400F hier auf den Markt, der aktuell an Ryzen 5 3600 das Leben echt schwer machen kann. Und nun haut Intel noch den Core i3-10100F auf den Markt. Und seine Daten, die klingen ja erstmal, ja, relativ wenig spektakulär. Denn diese sind mit dem des 10100 oder F nämlich identisch. Dennoch fehlt dem F wie allen anderen F-CPUs schlicht und einfach die integrierte Grafikanhalt. Vier Kerne mit acht Threads, 4,3 GHz maximaler Boost und das Ganze mit angenehm 65 Watt TDP. Ja und was ist jetzt das Besondere, fragen sich viele? Na ja, so ganz Intel untypisch, wo der Preis, denn schon die UVP liegt bei deutlich unter 100 US-Dollar. 79 bis 97 US-Dollar gibt Intel an und das ist eine klare Kampfansage. Denn die UVP des 10100 ohne F ist mit 122 US-Dollar deutlich höher. Aktuell ist dieser ab 104 Euro zu bekommen. Und ein 10100F könnte dann für, ja, sagen wir mal so, an die 80 Euro zu haben sein und ein bis 3100er das Leben dann verdammt schwer machen. Der ist aktuell ab 94 Euro zu haben und bietet ähnliche Leistungswerte an. Und wann der 10100F dann aber zu haben ist, das ist noch lange nicht klar. Lange dürfte es allerdings nicht mehr dauern. Ja und sobald dann die Risen 5000 Generation da ist, wird es auf meinem Kanal natürlich auch eine neue CPU-Kaufberatung geben, in der der 10100F von Intel sicherlich einen der vorderen Plätze zumindest im Sparbereich einnehmen wird. Und weiter geht's mit Team Blau, denn obwohl Intel ja immer mehr Boden gegenüber AMD verliert, geht es hier natürlich trotzdem weiter mit neuen CPUs. Leider aber auch mit der steinalten 14-Nanometer-Fertigung, die Intel aber trotzdem jetzt nicht davon abgehalten hat, mit dem Core i9-10900K die schnellste Gamer-CPU des Planeten anzubieten. Auch wenn die Krone, glaube ich, bald weitergegeben werden muss. Der Nachfolger ist ja Rocket Lake S, der, wieso, warum auch immer, schon im ersten Quartal 2021 kommen soll, obwohl Comet Lake mit der 10-Generation ja gefühlt doch gerade erst erschienen ist. Naja, Rocket Lake bietet eine komplett neue Architektur. Und Leaks dazu gab es bisher außer dieser Übersicht hier relativ wenig. Klar zur Erkenntnis aber, dass Intel mit Rocket Lake ja nun auch PCI Express 4.0 anbieten will. Wohl auch in Verbindung mit dem gerade aktuellen Sockel LGA 1200 Boards. Denn viele davon sind als PCI Express 4.0 ready markiert, obwohl sie dies mit Comet Lake gar nicht können. Nun gibt es aber die ersten handfesten Leaks. Deren Echtheit ist jetzt zwar nicht unbedingt bestätigt und es kann sich durchaus um ein Fake und purem Blödsinn handeln. Ich selbst gehe jetzt aber auch mal davon aus, dass das stimmt, was der IT-Gucker auf Facebook veröffentlicht hat. Facebook? Facebook? Was war das denn nochmal? Er hat offenbar schon eine Rocket Lake CPU und diese dann mit einem Z490 Mainboard gepaart. Dort hat er mit einer Seagate Fire Cuda 520 SSD die PCI Express 4.0 Geschwindigkeit mal getestet. Und 4995 MB pro Sekunde kam dabei raus. Viel mehr geht offensichtlich nicht, denn die Werksangabe ist 5000 MB die Sekunde. Demnach ist die Integration vom PCI Express 4.0 wohl ziemlich gelungen. Alles andere wäre jetzt natürlich auch eine ziemliche Überraschung gewesen. Weiterhin verraten die CPU-Z-Screenshots noch eine Menge über den Takt und den Cache-Aufbau von Rocket Lake, der sich dann wohl deutlich ändern wird. Am Takt, ja, ändert sich allerdings wenig. Die von Intel ja schon seit Jahren angepeilten 5 GHz, die sind natürlich auch hier definitiv gesetzt. Aber beim Cache gibt es ordentlich was obendrauf. 48 statt 32 KB L1 Cache und 512 statt 256 KB L2 Cache pro Kern wohlgemerkt. Und das ist dann sogar eine Verdopplung beim L2. Es sieht daher alles nach der Intel Sanikov-Kern aus, was aber mittlerweile jetzt auch keine große Überraschung mehr sein dürfte. Und mehr Cache ist natürlich immer gut, denn wenn die Architektur jetzt nicht totale Grütze ist, dann bedeutet das schlicht und einfach mehr Leistung. Na klar ist das alles jetzt nicht besonders spektakulär, aber für einen ersten liegt doch wenigstens etwas. Aber ja, ihr habt natürlich recht. Ich sehe genau, wie euer Schweißgepattet gerade vom Bildschirm sitzt und angespannt auf Ryzen 5000 News wartet. Alles klar, bitteschön. Wie teuer sind die Ryzen 5000 CPUs denn nun eigentlich in Europa? Die US-Dollar-Preise, die waren ja schon ganz schön gesalzen. Das heißt jetzt aber nicht zwangsläufig, dass man diese jetzt 1 zu 1 in Euro umrechnen kann. Endgültige Infos dazu kann ich euch leider jetzt aber auch noch nicht bieten, aber immerhin gibt es ja schon so ein paar Infos vom britischen Onlineshop Overclockers UK. Denn dort sind die Ryzen 5000 CPUs nämlich schon vertreten. Warum auch immer ehrlich gesagt. Und die Preise orientieren sich relativ stark an den Dollarpreisen, sind nominell aber etwas niedriger. Wenn man das Ganze aber umrechnet, wiederum etwas höher. Und was dabei besonders interessant ist, ist, dass der Ryzen 9 5950X und 5900X genauso viel kosten wie damals der 3950X und 3900X zum Start. Demnach gibt es zumindest in diesem Shop keine Preiserhöhung im Gegensatz zu früher. Wobei man hier natürlich jetzt auch auf echte Straßenpreise verweisen muss. Nur der 5800X und 5600X sind dann ein bisschen teurer. Insgesamt ist das aber durchaus ein gutes Zeichen für, ja, auch günstige Euro-Preise der Ryzen 5000 CPUs. Denn eins ist mal Fakt. Die Preiserhöhung hat sich besonders beim 5600X ziemlich gewaschen. Denn bei allen vier CPUs kommt es 50 Dollar Aufschlag. Was bei dem günstigsten Modell dann prozentual natürlich ein echtes Brett ist. Aber egal wie schnell der 5600X am Ende ist, den Preis wird dann im Verhältnis zu einem 3600er auf jeden Fall nicht wert sein. Apropos schnell, wie schnell die CPUs jetzt ein werden, dazu wissen wir bisher eigentlich nur was von AMD selbst. AMD hat ja eine super Arbeit gemacht und mir keine Möglichkeit gegeben, über irgendwelche Leaks zu sprechen. Es gab nämlich schlicht keine. Anders als zum Beispiel bei den RX 6000 Grafikkarten, wo die Maßnahmen zwar gut, aber nicht ganz so gut waren. Und AMD hat auf seiner letzten Show ja lediglich den Cinebench gezeigt. Hier muss ich übrigens noch einen Fehler im letzten Video eingestehen, wo ich ja gesagt habe, dass der Ryzen 5900X aufgrund zwei Kernen mehr als der 10900K natürlich schneller ist. Was einfach dummfug war, dass sich hier um ein Single Cortez gehandelt hat. Ich bitte, diesen Fehler auf jeden Fall zu entschuldigen. Ja, aber so unglaublich es auch klingen mag, ich bin nun mal nicht perfekt. Aber fast. Jedenfalls gibt es nun bei CPU Monkey ein paar weitere Cinebench-Einträge. Auch zu den anderen Ryzen 5000 CPUs. Diese bestätigen aber jetzt eigentlich auch nur die Zahl, die AMD im Stream schon hatte. Der 5900X bringt hier nämlich im Single-Core 629 Punkte auf die Matte und der 10900K sieht hier absolut kein Land. Auch gegen die andere Ryzen 5000-Riege nicht. Je nach Takt bieten diese im Single-Core entsprechend dann halt mehr Punkte. Ja, und die alte 3000er-Garde, die kann sich dem 10900K nicht nur anschließen. Keine Chance gegen Ryzen 5000. Demnach sind die Benchmarks von AMD in keinster Weise geschönt. Die Single-Core-Performance von Ryzen 5000 ist demnach absolut brachial. Und den war natürlich auch die Multicore-Performance, die eh schon immer einiges Steckenpferd war. Aber natürlich nur, wenn die Werte jetzt auch echt sind. Denn auch auf CPU Monkey ist das natürlich jetzt nicht unbedingt klar. Und auch ganz wichtig für alle, die den Cinebench so verehren. Mit der Leistung in Spielen hat dieser so viel gemeinsam wie ich mit Bibis Beauty Palace. Kein Video ohne Lieferzeiten der RTX 3080 und 3090-Grafikkarten. Wie bekannt sind diese ja weltweit überall ausverkauft. Und zwar wirklich überall. So natürlich auch in Nvidias eigenem Shop. Nur hier kann übrigens auch die Faunas Edition bezogen werden, die ich persönlich übrigens diesmal ziemlich gelungen finde. Und Probleme gab es hier anfangs wohl mit diversen Shop-Bots. NVIDIA gelobte zwar Besserungen, aber musste nun wohl einsehen, dass der Shop wohl einer kompletten Überarbeitung bedarf. Soll heißen, es gibt wohl vorerst keine RTX 3000 Karten mehr im NVIDIA eigenen Shop. Wobei, die gibt es doch sowieso nirgendwo. Das Ganze soll dann auf Partnerstores ausgelagert werden, zumindest erstmal in den USA. Und hier ist davon bisher noch nichts bekannt, wird aber sicherlich kommen. Und in den USA ist das dann aktuell Best Buy. Hier eher unbekannt, in den USA aber auf jeden Fall eine riesige Nummer. Wie gesagt, ist es in seinen Europa noch nicht klar. NVIDIA schreibt eigentlich nur, dass die Optionen der Faunas Edition für Europa halt geprüft werden. Was auch immer das jetzt eigentlich heiß mag. Ist aber eigentlich auch egal, denn an der schlechten Liefersituation wird natürlich auch die Auslagerung auf Anneschrobs ziemlich wenig ändern. Und wenn ihr glaubt, das Thema RTX 3080 mit 20 GB, das ist beendet, dann habt ihr euch wohl ordentlich geirrt. Egal was ihr sagt, die 20 GB Variante ist und bleibt nicht sicher. Geben wird es sie aber wohl. Aber ob sie jetzt wirklich auf den Markt kommt, das wird am Ende wohl eher AMD als NVIDIA entscheiden. Das beste Beispiel dafür zeigt übrigens der Tweet von Momomo. Der ist leider schon so ein paar Tage alt, aber ich wurde auch nur durch die Kollegen vom 3D-Center darauf aufmerksam. Ist mir leider offensichtlich entgangen. Aber hier twittert Momomo eine ganze Liste an RTX 3000 Bezeichnungen, die wir auch alle übrigens schon der Gerüchteküche entnommen haben. Interessant sind die Karten wie eine RTX 3080 mit 11 GB oder eine RTX 3080 Ti als Engineering Sample. Die Karten gibt es also tatsächlich, aber das waren halt reine Testkarten. Dennoch startet eine RTX 3080 Ti also definitiv zur Debatte. Gleiches natürlich mit der RTX 3080 mit 20 GB. Ja, diese Karte gibt es definitiv und sie befindet sich ja auch auf dieser Liste. Aber ob sie wirklich kommt? Ja, ich glaube es, aber Zweifel sind natürlich trotzdem durchaus angebracht. Ja und das gleiche Fragezeichen steht auch hinter der hier genannten 3070 Ti und 3060 Ti. Besonders die 3060 Ti, die geisterte ja die letzten Tage reichlich durch die Gerüchteküche und scheint eigentlich schon so gut wie sicher. Aber wenn denn wieder bei den anderen Karten vom Ti abgerückt ist, wieso soll dann ausgerechnet eine RTX 3060 als Ti-Variante kommen? Tja, Fragen über Fragen und ja, diese News hat euch jetzt sicherlich so viel geholfen wie ein Eimer Sand in der Wüste. Interessant ist es aber trotzdem mal zu wissen, was bei Nvidia so alles überhaupt in Planung war. Und ich selbst finde eigentlich die RTX 3080 mit 11 GB sogar irgendwie noch am interessantesten, aber fragt mich ehrlich gesagt nicht, warum? Hallo und willkommen zum heutigen Kommentar des Tages. Ja, wirklich jetzt schon, denn der News-Part, der war heute tatsächlich mal relativ kurz. Und im letzten News-Video ging es ja komplett um diese Drei-Vorstellung von AMD. Und dort wurden ja auch die Preise genannt, über die wir vorhin ja auch noch gesprochen haben. Und ich spekulierte ja auch noch zu den Euro-Preisen. Ja, es könnte durchaus sein, dass die Euro-Preise gleich Dollar-Preise sind, aber das muss nicht so sein. Und der Wopa, die sieht das auf jeden Fall anders. Ach Monty, du machst schon so lange YouTube. Die Dollar-Preise und Euro-Preise sind so Release identisch. Wisst ihr, was mich an diesem Kommentar am meisten triggert? Das Ausrufezeichen am Ende. Er wollte damit wohl nochmal klarstellen, dass das schlicht und einfach so ist. Und damit hat er schlicht und einfach Unrecht. Nur weil es bei den Next-Gen-Konsolen und RTX 3000 Grafikkarten so ist, kann man das doch jetzt nicht einfach so pauschalisieren. Ja, das war in der Vergangenheit nämlich schon sehr oft nicht so. Aktuell ist der Dollar-Kurs natürlich sehr günstig, sodass Umrechnung plus Mehrwertsteuer ja tatsächlich grob immer passen. Aber der Wopa, der tut ja so, als wäre das schon immer so gewesen. Man hat es ja nun mal an den Fundpreisen gesehen, dass diese ja nun mal auch etwas variieren. Trotzdem ja, der Wopa wird am Ende wohl Recht haben und Ryzen 5000 wird wohl auch in Euro mit identischen Preisen aufwarten. Aber das jetzt mit einem Ausrufezeichen als Fakt darzustellen, das ist schlicht und einfach falsch. Und für mich ist es aktuell sehr schwer einzuschätzen, welcher Ryzen 5000 euch eigentlich am meisten zusagt. Normal müssten es ja zum einen das Topmodell 5950X sein und zum anderen vielleicht das günstigste. Also der 5600X, der aber halt jetzt preisleistungsmäßig nicht gerade der Knaller ist. Und ich wollte von euch mal wissen, welcher Ryzen 5000 ist dein Favorit? Tja, es gibt schlicht und einfach keinen richtigen Sieger. Alle sind dann doch sehr nah beieinander. Der 5600X aber nur mit 17%, was wohl am hohen Preis liegen dürfte. Und interessanterweise auch der 5950X, was ja wohl auch am hohen Preis liegen dürfte. Denn mit 799 US-Dollar ist das natürlich schon ein Brett und für viele einfach nicht bezahlbar. Also ist wohl die goldene Mitte am beliebtesten. 24% stimmten für den 8-Kern auf 5800X und 25% für den 12-Kern auf 5900X, der irgendwie auch mein Favorit ist. Noch bezahlbar und mit 12-Kern halt eine echte Nummer und extrem zukunftssicher. Ach ja, und da sind natürlich auch noch die 16% mit, weder noch. Da kann man dazu jetzt wirklich keine Meinung haben, warum habt ihr euch das Video denn eigentlich angesehen? Dort ging es doch schließlich nur, wirklich nur um Zen 3. Ja, und jetzt geht es auch schließlich nur Richtung Ende dieses Videos. Aber alle, die nun traurig sind, die kennen ja meine Trauertipps. In zwei Tagen gibt es nämlich schon das nächste Video und ansonsten einfach mal in ein meiner Streams auf Twitch reinschauen. Völlig roh und ungeschnitten, wie man den Monty auch privat kennt. Und das gibt es definitiv nur auf Twitch. Also, wir sehen uns. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.